Wow, 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 wow. Und damit willkommen zurück auf meinen zweiten Kanal. Wir schauen uns mal wieder DIY an, denn wer liebt keine Lifehacks? Und falls es euch gefällt, lasst gerne ein Abo da. Gerade mal so 38% von euch sind überhaupt abonniert. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da. YouTube liebt gerade wieder Interaktionen, also würde das wirklich helfen. Und dann los geht's. Du willst ein Riesenrad haben? Bau dir einfach eins selbst für deinen Garten. Perfekt für jedes Kind. Vor allem, wenn du sie loswerden möchtest. Du hast noch einen Riesenreifen von deinem Truck zu Hause rumliegen. Bau da noch eine Glasplatte rein und schon hast du einen neuen Tisch. Du hast einen Basketball, aber er ist kaputt gegangen. Häng ihn dir auf und dann pflanz da einfach was rein. Und schau zu, wie neue Basketbälle rauswachsen. Du willst einen Kaktus kleiner machen? Schneid einfach ein Stück ab und setz ihn wieder drauf und lass ihn verheilen. Wie würdest du das ändern? Aufbessern? Da fehlt irgendwie was. Kein Problem, ich hab den Lifehack für dich. Hier, du brauchst nur diesen Babypflanzentopf. Perfekt für jede Tischplatte, wo noch was fehlt. Du hast zu viel Zahnpasta, tu sie in ein Glas rein, bis das Glas komplett voll ist. Denn wer braucht schon eine Zahnpastatube? Ich hab einen Zitronenschalenbaum gemacht. Es schaut mega schön aus und der riecht super für mindestens noch zwei Stunden, bevor du den komplett wegschmeißen kannst. Willst du ihn haben? Willst du ihn haben? Bitte, ich will ihn nicht wegschmeißen. Du fährst Auto und du hast noch eine Gangschaltung. Du denkst dir immer, ah, meine Hände werden davon nicht blutig genug? Kauf dir einen Diamant, den du da rüberstülpst und schon hast du immer Stacheln zum Anfassen. Das ist immer das Problem. Wo soll ich mit meinem Portemonnaie hin? Meine Taschen sind einfach nicht groß genug. Kauf dir unsere Rucksackhose. Aber Vorsicht, nicht zu vollfüllen, sonst zieht sie sich selbst runter. Du willst Sport machen? Ah, meine Sporthose ist gerissen, was soll ich nur machen? Schneid einfach da ganz viele Löcher rein, dann wird keiner das eine Loch mehr bemerken. Und schon schaut es aus, als ob du das gewollt hättest. Wie es früher war, ein ganz normaler Nachttisch. Und zu was es geworden ist? Ein Stuhl mit Schubladen. Du liefst Hello Neighbor? Du dachtest, das Haus ist nicht real? Denk nochmal, das ist Hello Neighbor Alpha Version. Du brauchst vier Flaschen, leg sie hin und dann ein bisschen Papier rüber und Zement drauf. Und schon hast du den perfekten Untersetzer aus Zement. Wunderschön. Deine Schuhe schauen aus, als ob sie aus der Mülltonne kommen. Und du hast nur alte Seile als Schnürsenkel? Verkauf sie für 180. Du hast deine Toilette zu Hause, tu da ganz viel Eis und Eiscreme rein. Und schon hast du die größte und leckerste Eiscremeschale der Welt. Kannst dir kein Gürtel leisten oder du willst einfach nicht Geld dafür ausgeben, aber du trinkst so viel Kohle und so weiter. Dann mach dir daraus ein Gürtel. Einfach mit ein Stück Schnur und dem Deckel. Du liebst Schuhe? Wir haben die Toilette für dich. Willst auch eine haben? Leider sind wir ausverkauft. Steck dein Fuß in sowas. Ich weiß nicht, was es ist, aber das hält dann seine Form. Und dann gießt er ganz viel Seifenbasis rein. Dann darfst du es nur einmal aufschneiden und du hast die schönste Seifenform der Welt. Und zwar deinen eigenen Fuß. Du willst eine Bank für deinen Garten haben oder für deinen Balkon, aber du kannst sie dir nicht leisten. Nimm zwei Küchenstühle und hau da ein Stück Holz drauf. Einfach mit Heißkleber ankleben und schon hast du eine Bank. Du bist ein Star Wars Fan? Ich würde trotzdem gerne durch meine Rüstung sehen, weil es immer nervt, nichts zu sehen. Wir haben die transparente Stormtrooper Rüstung für dich. Wenn du ein zu großer Spongebob Fan bist und zu viel Geld hast, ob Patrick wohl jetzt mal seine Stirn sehen kann? Du hast Jeans zu Hause und du wolltest immer schon mal deine Fingernägel in der passenden Farbe haben? Dann hol dir Denim und mal dir damit deine Fingernägel an, damit sie für ewig dreckig aussehen. Als die Pandemie gerade erst gekommen ist, wir brauchen eine Maske, keine Sorge. Ich baue mir eine selbst. Du hast deine Maiskolben zu Hause? Bohr ein Loch da rein. Dann nimm die Rolle runter von deinen Streicher und tu da deine Maiskolben rauf. Und wenn du das hast, hast du einen neuen Farbroller. Und endlich kannst du deine Wand bemalen mit dem Maiskolbenmaler. Du hast dir die Haare geschnitten, aber warst nicht beim Friseur? Und jetzt weißt du nicht, was du mit den Haaren machen sollst? Benutz sie als Bilderrahmen. Wer wollte schon nicht seine Haare an der Wand hängen haben? Dir ist deine Wassermelone zu schwer. Wie soll ich das nur machen? Zieh deine Hose aus. Und dann bind einfach deine Hose so fest und tu die Wassermelone in die Hose rein. Und schon hast du eine Tasche. Und was ist mit deinen Schuhen? Du bist einfach der Schulklau. Kauf dir dein passendes Auto dazu. Viel Spaß. Du wolltest immer schon Muster haben auf den Haaren. Wir haben die Sprühdose für dich. Einmal einfach deine Haare komplett sprühen mit Farbe. Und wenn das fertig ist, einfach die ganzen restlichen Haare nehmen und abschneiden. Denn die brauchst du nicht mehr jetzt, wo du die Schablone hast. Du hast keinen Rasierschaum mehr, aber du hast Erdnussbutter zu Hause. Benutz einfach ein bisschen Erdnussbutter. Streich es über deine Haut, die eh schon rasiert ist. Und dann rasier dich. Du setzt dich zu Hause immerhin auf deinen Hocker und denkst dir, wohin jetzt nur mit meinen Sachen? Wir haben den Jeanshocker für dich mit Tasche. Ha ha ha. Oh, das war so toll. Ich trinke mal meinen nicht vorhandenen Kaffee. Oh, wir haben aber kein Messer, aber wir haben eine saubere Tasse, denn wir trinken wirklich keinen Kaffee. Ha ha ha. Und den benutzen wir einfach. Oh, cheers. Du hast Hunger? Du brauchst nur eine Büroklammer. Schneide aus deinem Würstchen ganz viele Streifen damit raus. Du brauchst drei Eier. Schön durchmischen. Und auf deine Waffelform. So lecker. Würstchen waffeln. Weißt du nicht, was du mit deinem alten vergammelten Gartenstuhl machen sollst? Häkle ihn einfach komplett zu, bis du ihn nicht mehr siehst und der so aussieht und du ihn lieber verkaufen willst. Ich hätte das Auto fast nicht gesehen. Du liebst Camouflage, aber du weißt einfach nicht, wie das aussieht. Lass einfach ein paar Dreijährige rummalen an deinem Auto. Du brauchst einen Deckel, einen Lötkolben und keine Ahnung, was das für Metallstäbe sind. Das sagen sie nicht. Bau das einfach genauso. Das wird nämlich deine ganzen WiFi-Probleme lösen. Und wenn du fertig bist, einfach in die Handyhülle reinhauen und schon hat dein Handy 400 Mal besseren Empfang. Deine Haare sind zu lang, aber du willst zeichnen oder du musst arbeiten und sie fallen dir immer ins Gesicht? Dann bau dir so einen Deckenhänger, denn es gibt natürlich nichts anderes für die Haare. Du willst einen Nussknacker kaufen, in dem du dich am besten selbst siehst? Wir haben das perfekte Stück für dich, das du lieber wieder wegschmeißen willst. Deine Oma häkelt immer so viel und du weißt nicht, was du damit machen sollst. Sag einfach, ich will was für draußen haben, aber nur für ein Bein und für einen Arm, denn der Rest ist perfekt in Ordnung. Dir wird immer dein Auto geklaut und du weißt nicht, was du tun sollst. Schließ einfach die Pedaler. 500 IQ. Wo ist meine Hose zum Anziehen? Ich weiß es nicht, wo sind die? Du weißt nicht, wie du deine Hosen zusammenlegst? Hau da einfach Haken immer rauf und dann hängen sie dir auf, anstatt sie über Bügel zu legen oder dir normal zusammenzulegen. Du bist immer mit dem Auto unterwegs und du weißt einfach nicht, wo du hin willst. Bau dir einfach auf dein Armaturenbrett, deine eigene kleine Oasis. Du liebst Pferde so sehr, dass du sogar in den gehen willst? Kauf dir unsere Schuhe. Dann hast du endlich einen Pferdeschuh, den du nie haben wolltest. Wir haben so viel Holz über, komm, ich recycle das. Und dann machst du daraus ein Schild, das du dir an die Wand hängen willst und keiner weiß, was da steht. Yalp, work hard. Work Yalp hard. Du hast noch eine Tür über und du hast in deinem Haus noch eine Ecke, wo nichts drin steht? Zerbrech die Tür in die Hälfte und bau dir daraus ein Mini-Regal für die Ecke. Du willst ein T-Shirt machen, das aussieht wie ein Unfall und du hast 5000 Meter Platz in deinem Zimmer. Mach einfach das und du hast ein schönes Muster. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr mehr Reddit sehen wollt, ist links ein Video, rechts geht zu meinem Kanal und dann hoffe ich, es hat euch gefallen.